Kraftig und flockig, so süßlich und freundlich. Lecker und warm machen wir sie für dich. Weben im Fladen neben Tomaten und Salat. In ihren Brötchen liegen sie für dich. Dönerbären, Brot sind hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du Hunger hast. Das sind die Dönerbären. Das sind die Dönerbären.